Dann geht's per Pedestal hin. Zack! Woo! Nice. Daneben, daneben. Oh. Ah, mit einem Schwert in der Hand soll man nicht laufen. Ne? Ach komm, das ist jetzt ein Witz. Jawohl, sehr gut. So, jetzt sind beide aber verfügbar eigentlich, ne? Dann kann ich die ja mal auf eine Mission schicken. Jawohl, fangen wir mal hier oben an einfach. Beendet. Die Schlacht von... Quebec. Quebec. Hau rein! So. Ach, man kann immer nur die erste machen. Muss in der Reihenfolge. Pulveralarm. Wie sieht's denn hier aus mit den... Ah, okay. New Hampshire. Eine unabhängige Regierung. Das machst du mal. So. Äh, haben beide was zu tun. Und ich kann in der Zwischenzeit die Eimer nach Seite hier jagen. Äh, äh. Hui! So, da oben drauf. Okay, dann geh ich mal hier hoch. No. Wow, okay. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet, dass der das kann. Warum ist da oben ne Pflanze? Ich meine, wer gießt die? Kommt doch kein Schwanz ran. Jupp. Zack. So. Kleine Pimmelnasen. Ich muss mal wieder bald ein paar, äh, Pfeile plündern. Muss ich mal dringend dran denken. Und warum regnet es hier die ganze Zeit? Ich meine, warum? Ja klar, daneben gesprungen. Jawohl, so muss das laufen. Genau so. So, hier gibt's nichts mehr, seh ich gerade. Dann geht's mal ganz fix. Zurück zum Hafen. Ah, ich hätte auch direkt per Schnellreise nach Hause reisen können. Egal. Ich will jetzt nochmal kurz gucken hier. Es gibt ja dieses, ähm, 25.000 Achtung Scheiße, ja. Gut, daraus wird nichts. Verbessert das Ruder. Äh, verbessert die Handhabung des Schiffes. Ja, okay, das wäre natürlich ganz geil. Spitzgeschoss. Können die Drehbassen eine durchschlagskräftigere Munition verschießen. Durch dieses verbesserte Profil bewegt sich diese Munition schneller und richtet größeren Schaden an. Wäre natürlich auch mal geil. Ich glaube, das gönne ich mir einfach mal. So, Kollege Hafenmeister hier. Die Mission da unten auch noch, aber nicht jetzt. Jetzt geht's erstmal wieder in die Delvenport-Siedlung. Hätte ich auch anders machen können, aber ich hab's ein bisschen verpeilt. Ne? Ach, so. Gibt es hier noch... Ja, etwas zu weit. Wusste ich's doch. Ach, klasse. Da kann ich jetzt wieder hinlaufen. Kann ich mich da oben nicht schnell reißen? Jawoll. Hin da. Spare ich mir ein paar Meter. Und bei den recht kurzen Ladezeiten... Ach, jetzt ist das wieder demarkiert. Ach, leck mich doch. So. Auf, auf, durch die Bäume. Und das war's auch schon mit den Bäumen. Falsche Richtung. Scheiße. Kann ich gar nicht über die Bäume... Hier kann ich über die Bäume laufen. Oh, yeah. Naja, das dazu. Oh. Alter, der kann aber inzwischen auch Sprünge machen, ohne Schaden zu nehmen. Alter Schwede, da würde ich mir alle Geräten brechen. Alter Schwede, geht's los? Alter, die quillt ja auseinander. Na, was ist los? Ach ja, stimmt ja. Genau. Tut mir leid, dich damit zu belästigen, aber... Warren ist mit unserer Ernte auf dem Markt in Boston. Könntest du das Vieh zusammentreiben? Ich hab's versucht, aber das Kind in meinem Bauch nimmt mir den Elan. Natürlich. Ich kümmer mich dir. Alter, wir sind echt hier so der für alles, irgendwie, ne? Wie sollen wir das machen? Wohin sollen wir die überhaupt bleiben? Ach, da. Schön hier geblieben. Ey! Boah, wie super das klappt, ey. Wie soll ich das denn machen? Ach, am Arsch. Rechnet man bei so fetten Viechern gar nicht damit, was? Alter, ihr... Kommt ihr jetzt mit? Oder warte mal, kann ich hier? Alter, bleib hier, du stinkendes Etwas. Folgt mir jetzt das Schwein hier? Nein, natürlich nicht. Es ist ein Schwein. Mal los, verfette noch mehr. Okay. Kranker Scheiß. Wieso war das auf einmal weg? Alter, Mann. Die Mission ist scheiße. Wie kann ich die denn dazu bringen? Muss ich schießen oder so? Oder kann ich schießen? Nein. Jawohl, ja. Eines ist drin. Muss ich etwa alle drei auf einmal? Und wir wetten, das haut da gleich wieder ab. Ach, so geht das. Okay. Nicht da, du dummes Schwein. So, rein da mit dir. Alter, ist schön hier geblieben. Ey. Schieb ab. Nein. 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 Alter, wenigstens sind es nur drei Schweine. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass da jetzt noch... Alter, verpiss dich. Ganz ehrlich. Jetzt geh. Lauf. Ja, los. Ab. Nein. Du gehst jetzt schön da lang. Nein. Nein. Nein, fast. Nein. Nein. Ach, kommt schon, du hässliches Etwas. Reiner mit dir. Ja. Ja. Oh, ey. Danke sehr, Connor. Das hätte ich allein nicht geschafft. Ja, ach was. War mir ein Vergnügen. Geht es dir gut? Oh ja. Ich könnte nicht glücklicher sein. Warren und ich haben so lange darauf gewartet. Und um ehrlich zu sein, es gibt keinen besseren Ort, eine Familie zu gründen. Na, was kriegen wir jetzt für ein Upgrade? Uh, Weizen und andere Getreidesorten stehen nur bei den Farmern zur Verfügung. Geil. Schweinehirte, ja. So. Eine gibt's noch. Wer ist denn da hinten ganz? Okay, wer war das noch gleich? Waren das wieder die beiden Trottel? Oh, ne. Der Franzose. Vielleicht mag sie dich einfach nicht. Alter, wie er sich darüber aufregt. Tue ich ja gar nicht, irgendwie. Kann der das nicht selber machen? Alter Schwedei. Na egal, was tut man nicht alles für die Siedlung, was? So, hier rüber noch. Ach ja, die ist am anderen Ende ganz. Ach du Scheiße, da muss ich noch ganz um den Berg hier rum. Na, klasse. Ach so, ist hier schon gut. Gut, gut, gut. Wollen wir wetten, wir werden sofort erwischt, irgendwie. Komm her, Häschen. Komm her, Häschen. Alter, wie flink die Viecher sind, ey. Krasser Scheiß. So, klettern wir doch über die Bäume, dann bleiben wir eher ungesehen. Und wenn wir runter müssen, können wir es jederzeit. Ah, verdammt. Falsche Seite. Oh, Eichhörnchen. Hier über den Baum. Was machst du denn da? Ich, ähm, gar nix. Ist ja gut. Ja, was soll ich denn hier suchen? Hinweise analysieren. Ja, am Arsch. Da gibt's welche. Jetzt gerade passt sie nicht auf. Hinweis analysieren. Was haben wir da? Wow. Dreck. Wow. Voll der Flashback. Okay, damit haben wir was. Alter, 400 Meter kann ich mich nicht teleportieren. Scheiße, kann ich nicht. Uh, da sind Klunker noch. Hol ich mir gleich erstmal noch. Aber es heißt mal wieder Perpedes. Tynaris. Ach, leck mich doch am Arsch. Ich hasse es, so weite Strecken zu laufen, ohne dass irgendwas los ist. Wenn das jetzt wie durch die Stadt da, als sie bombardiert wurde. Wenn man da durchläuft und die ganze Zeit irgendwie was los ist, ist ja richtig geil. Aber ich meine, hier geht gar nix ab. So, 200 Meter noch. Alter, voll die dicke Kuh. Ich wollte dich abstechen. Ah.